In diesem zweiten Teil von Spatial.io wollen wir uns jetzt einmal anschauen, wie ich mich anmelde, registriere, ein Avatar erstelle und auch einen eigenen Raum zur Verfügung stellen kann. Dafür schalte ich jetzt nochmal auf Spatial.io. Wir haben ja im letzten Video schon gesehen, wie ich mich im kostenlosen Möglichkeit, ohne mich anzumelden, schon in Räume betreten kann, wie ich mich drin bewegen kann. Und jetzt klicke ich eben hier oben rechts auf den Button Login und kann mich jetzt über meinen Google, Apple oder Microsoft oder Metamask-Account anmelden. Ich nutze ja die Möglichkeit per E-Mail und da das ein Demo-Account von mir ist, nehme ich eine Müll-Mail-Adresse. Das ist eine Wegwerf-E-Mail, die auch nach kurzer Zeit dann wieder gelöscht wird und verschwindet. Ich vergebe jetzt ein Passwort und werde aufgefordert, mir meinen Account per E-Mail zu verifizieren. Das heißt, ich gehe hier in meinen Müll-Mail-Account. Jetzt müsste auch gleich von Spatial.io eine E-Mail kommen, wo ich meinen Account bestätigen kann. So, warten wir nochmal ein. Da ist sie schon und ich klicke hier auf Confirm my Account und schon ist der Account bestätigt und ich kann mich jetzt unter diesen Daten hier einloggen. Wer natürlich den Account dauerhaft und regelmäßig nutzt, der sollte keine Wegwerf-E-Mail-Adresse nehmen, weil die wird natürlich nachher auch wieder gebraucht, um ein vergessenes Passwort wieder herzustellen. Ich gebe noch einen Namen an und kann jetzt in einem ersten Schritt meinen Avatar erstellen. Das heißt, ich bin jetzt in meiner Umkleidekabine und mir steht jetzt hier ein männlicher oder ein weiblicher Avatar zur Verfügung. Da kann ich hier draufklicken, mir hier verschiedene Figuren auch aussuchen. Was ich aber sehr gelungen finde, ist die Möglichkeit, mein eigenes Gesicht auf den Avatar zu übertragen. Hierzu klicke ich auf Generate Head. Jetzt werde ich gefragt, ob die Kamera Zugriff haben darf. Das kann sie von mir aus gerne haben, aber meine Kamera ist gerade durch die Aufnahme belegt. Deswegen nutze ich die Funktion Upload Foto und ich werde jetzt einfach ein Foto nehmen, was ich gerade aufgenommen habe. Sage ich, looks good. Jetzt wird ein bisschen gearbeitet und gerendert und mein Profilfoto auf das Gesicht des Avatars gelegt. Das finde ich nämlich total schön, wenn mein Gegenüber auch so aussieht wie das echte Gegenüber oder die Person, die ich auch kenne. Was natürlich auffällt, es gibt nur einheitsfrei an Avataren, alle gleich schlank und sportlich. Es gibt nichts für Menschen, die es gerne ein bisschen fülliger oder individueller haben. Ich glaube, das ist etwas, womit wir einfach noch leben müssen. Ich klicke jetzt mal auf Explore und verlasse mal diesen Homespace und möchte jetzt einfach mal anfangen, einen eigenen Space zu erstellen. Hierfür klicke ich rechts oben auf Create a Space und habe jetzt kostenlose Vorlagen. Natürlich kann ich auch eigene Dateien und Templates hier reinladen, aber ich kann auch die kostenlosen Vorlagen nutzen mit verschiedenen Farbprofilen, so wie ich es gerne haben möchte. Und klicke ich dann drauf und dann wird ein Raum mit genau dieser Vorlage erstellt. Ich gehe aber kurz durch das Tutorial hier durch. So, dann und dann kann ich mich hier auch in diesem Raum bewegen. Ich kann mich dort, wo diese Pfeile erstellen, auch hinsetzen. Und ansonsten laufe ich einfach hier rum und ich sehe, hier sind schon eine Menge Frames oder Rahmen angebracht. Das heißt, wenn ich jetzt hier was einfügen möchte, kann ich hier draufklicken. Hier öffnet sich ein Dateimanager und ich kann jetzt zum Beispiel auch die Bilddatei, die ich gerade erstellt habe, hier einfach reinziehen. Oder eine beliebig andere Bilddatei und kann die entsprechend dann hier auch zur Verfügung stellen. Was auch sehr gut geht, ist mit dem Klick auf das Plus, Inhalte oder wie gesagt auch entsprechende Dateien oder Bilder etc. einfach in den Raum zu postieren. Ich nehme jetzt das Bild, was ich gerade hatte. Ich sage kein Layout in den Frames und habe jetzt hier entsprechend das Bild, was jetzt frei in der Luft schwebt. Und wenn ich auf das Bild draufklicke, habe ich die Möglichkeit, es auch anzupassen, zu rotieren, zu skalieren, größer zu machen. Ich kann die verschiedenen Achsen ändern, XY, Z-Achse. Das heißt rechts, links, hoch, runter, vor und zurück. Wobei aber auch klar ist oder klar sein muss, diese Achsen, die sind immer vom Betrachter aus. Das heißt, wenn ich mich nachher umdrehe und ein weiteres Objekt einfüge, ist Z vielleicht da nicht mehr vor und zurück, sondern rechts und links. Was ich auch gut einfügen kann, ist nicht nur ein Bild, sondern eben auch, ich sage mal, ich habe hier unten meine Menüstruktur. Ich kann hier zum Beispiel auch meinen Screen-Sharing, das kennen wir aus browserbasierten Videokonferenzsystemen, entweder ein Chrome-Tab, ein komplettes Fenster oder einen gesamten Bildschirm. Und ich nehme jetzt hier mal das kompletten Browser-Fenster, was ich jetzt mal teile. Es kann natürlich auch eine Präsentation sein, eine PowerPoint-Präsentation oder wie auch immer. Und das, was ich hier teile, das sehen auch alle, die mit mir hier in diesem Raum sind. Und ja, entsprechend kann ich dann auch Inhalte problemlos präsentieren. Des Weiteren habe ich hier unten die Möglichkeit, Audio-Chat zu aktivieren. Und wenn ich mit der Maus hier auf mein Icon klicke, kann ich Toggle-Webcam klicken und dann aktiviere ich hier auch den Video-Chat. Ich selber sehe mich hier jetzt nicht, aber andere Personen sehen dann über mir ein kleines Fenster mit meinem Videobild, was dann auch noch meine Echtzeit-Mimik und Gestik auch noch mal überträgt, was nochmal sehr, sehr angenehm ist. Es gibt hier verschiedene Reaktionen, die ich ja testen kann. Die sind auch mit den Tasten 1, 2, 3, 4, 5 belegt. Das heißt, so habe ich auch noch mal die Möglichkeit, in Kontakt zu treten oder einfach auch ein paar Dance-Moves abzulieferen, ein bisschen Bewegung mit reinzubringen. Und diese Reaktionen sind auch anpassbar. Da lohnt es sich einfach mal, reinzuschauen. Ja, da sind ein paar ganz nette Sachen dabei. Rechts oben sind die drei Punkte und jetzt habe ich auch mehr Settings als in der Variante ohne Anmeldung. Ich habe hier nämlich Spatial Audio Fall-Off. Das heißt, das hatten wir vorhin ja auch schon. Das ist die Eigenschaft, dass die Personen, die nah an mir dran sind, dass ich die laut höre. Und je weiter ich weggehe, desto leiser wird der Ton. Wenn das deaktiviert wird, hören mich alle gleich laut. Mein Raum, den kann ich Autos speichern. Das heißt, dass die Veränderungen, die ich tätige, auch gleich abgespeichert werden. Und ich habe hier auch noch meine ganzen Einstellungsmöglichkeiten für Video und Audio. Und so habe ich hier auch noch die Host-Tools. Und das ist, wie gesagt, der Bereich, der in der kostenpflichtigen Variante zur Verfügung stellt. Nämlich anderen Personen zum Beispiel, die in dem Raum sind, so als Trainings-Ariera, den erlauben, dass die Content hinzufügen dürfen, dass sie den runterladen dürfen, dass sie den Raum bearbeiten dürfen, dass sie das Setup verändern dürfen und so weiter. Ich kann Co-Hosts bedennen. Ich kann dann auch sagen, bring users to me. Das heißt, wenn ich eine Gruppe von 30, 40, 50 Personen habe, dass die dann auch alle zu mir geholt werden. Und ich kann User auf Plätze verteilen. Das heißt, dass dann alle in dem Raum auf Sitzplätze verteilt werden, damit ich so eine Art Plenarsituation dann auch bekomme. Das muss man schauen, ob einem das das Geld wert ist. Ich meine, das sind so 240 Euro im Jahr, die diese Lizenz kostet. Aber wie gesagt, in der kostenlosen Variante, da kann man schon relativ viel machen. Zum Schluss noch eine Sache, die ich noch zeigen möchte. Das sind nämlich die Portale. Eine Möglichkeit, mit mehreren Räumen auch zu arbeiten, indem ich jetzt hier auf das Plus klicke und hier unten sage Create Portal. Und dann kann ich nämlich einen Durchgang zu einem beliebigen anderen Raum, also entweder zu meinem Raum, ich habe jetzt noch keine weiteren, oder ich suche jetzt hier mal den Reformationsdenkmalraum und kann jetzt hier ein Portal erstellen. Und dieses Portal ist für alle in diesem Raum sichtbar und auch nutzbar. Das heißt, wenn die dann hier draufklicken, dann reist man wie durch ein richtiges Portal eben an einen anderen Ort. Und das ist eigentlich auch eine feine Sache, verschiedene Räume miteinander auch zu verbinden. Da kann man, glaube ich, auch ganz kreativ sein. Ich glaube, das reicht erstmal so als erster Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten, Avatar zu erstellen, anzupassen, Räume zu gestalten. Und ich würde euch einfach empfehlen, probiert einfach mal aus. Legt euch einen kostenlosen Account an und testet in Ruhe. Alles Weitere wird sich ergeben. Wenn ihr Fragen habt oder Kommentare oder Rückmeldungen, schreibt die wie immer einfach hier unten in die Kommentare. Ansonsten, ja, euch soweit. Erstmal danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.